Halt hoher Maße gehabt haben, ist es gegangen. Aber ich habe nachher hinterher sehr viel Schleiß gehabt, was dazu geschaut. Aber als Experimenten lassen wir mehr. Ich habe es rein nur darum getan. Hat es mir hier Wammel geschnitten, den Lichtbaum geholt, nur über die Holzstöcke anschneiden. Das ist einfach probiert. Wenn ihr so etwas Hulst schwarzen könntet, das wäre halt eine Sensation. Ja, wie könnte ich? Hulsterektronen brauchen wir noch. Wenn ihr so hier hinten ist... Und du aber mit der Nylonschnur heften zuerst. Geht's mit der Nylonschnur? Irgendwann musst du zuerst eine Wurzeln einschwarzen, oder? Guck. Das ist so viel Telefon. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja, geht. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja, das ist schon gut. Ja, die muss der Kleinsäge, weißt du? Ach so, das ist auch gut. Da muss ich den Gutes leicht betroffen. Ja, leicht, oder? So, ich war, ich war... Dienstag, wo ich weg... Komm ein bisschen nach Hause. Kann ich dir einen Sonntag erreichen? Nein, den Sonntag bin ich unterwegs. Ah. Ja. Und das ist schon besser. Da sind Hexe drin. Da waren wir über Hexe. Die wollten wir noch mal haben. Da bin ich nicht mehr da. Da bin ich nicht mehr da. Da bin ich nicht mehr da. Aber ich rückte von der Freizeit. Warte, bitte. Na, da passt nicht hin. Schau, wir müssen da gehen. Da muss ich hin. Ja. 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 Ja... Die Ehre. Das sind die Schweizer normalen. Da muss halt ... ... die Reis ... ... hat das schon gesehen. Das muss sehen. Das heißt aber, sonst kann man das noch mal dazugeben. Ja, ja. Bei uns bei Firmentelefanten habe ich auch ein paar Mal ... ... mit der Orens. Das ist immer so eine eigene Geschichte. Die Euroleutenden sind setzend mit der Orens. Die Rhe. Das ist ein Frankreiches. Aber noch mal wo deine Uhr ... Genau, ja ... Und sie ist so eine große, was wir auch noch unterhalten ... ... hier ist auch eine gute Zeit. Ja, das werden wir auch ... ... losgehen ... ... aber den haben dieuurte ... ... aber der hier ist die Prozentkirche ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020